Salve a tutti! Heute schauen wir uns mal eine Einzelwelt wieder an und das ist die Lufthansa. Das ist ein ziemlich langer Chart hier. Da sind wir also 2016. Das war damals die Geschichte, als schon in der Bild-Zeitung startet, ist Lufthansa pleite? Dann sind sie in einer fulminanten Aktion hoch auf die fast 32 gelaufen. Und dieser kleine Schnippel hier war das 61,8er Retracement von dieser gesamten Bewegung. Wir haben es nicht punktgenau getroffen, wir sind, ich glaube, 15 Cent drunter, aber das war sehr gut. Seitdem hat sich der Wert grundsätzlich nach oben entwickelt. Es entstand durch die Zahlen, die letzte Woche kamen, der Verdienst ist okay, der Ausblick ist ein bisschen so, wir wissen nicht, Flugmarkt in Konsolidierungsphase, der Rosinenpreis wird steigen, dann sind wir mal eher ein bisschen vorsichtig und das ist hier so mehr oder weniger der Grund, warum das dann deutlich abgefallen ist. Das sind 2,20 Euro sogar. Ich habe mal Spaß halber, weil ich selbst nicht so drauf schaue, diesen vertikalen Trend gelegt, da ist er natürlich auch durch. Ich habe hier schlicht und ergreifend die Lows miteinander verbunden, das ein paar Mal bestätigt. Es ist schon ein guter Trend, aber ich handel so nicht, das ist nicht meine Art und Weise. Was ich viel äquotanter fand, war, dass wir hier dieses Lows unterboten hatten. Das mochte ich gar nicht. Jetzt passiert Folgendes, die Bänder gehen auf, wir sind hier also bei einer Kerze einen Tag, die Bänder gehen auf, nach oben, nach unten und ich bin jetzt eigentlich zum Nichtstun verdammt, bis das der Bewegung entgegensetze Band, also sprich das obere, die Richtung ändert. Wir haben sogar die 200-Tage-Linie hier unterboten und zwar relativ flott, wirklich zügig. Dieses Zwischendor raus, die 200-Tage-Linie unterboten und da bleibt als nächstes nur die einerseits psychologisch markante Linie von 20, andererseits ist die hier auch schon oft bestätigt worden. Nur, da kann man nicht sagen, die 20 hält oder die 1980, das kann locker auch in einem Tag mal, die Lufthansa ist bekannt für solche richtigen Swings, kann das auch locker mal bis zu 1950 runtergehen. Von der Technik her, negativ, ganz klar, über das MACD und auch weiter negativ, wenn gleich tief über den Osternator, aber tief heißt halt nicht, dass es dreht. Ich zeige euch mal die Woche, hier hat nämlich auch noch Platz, die Woche, jetzt mache ich mal das Faden kurz rein, hat durchaus Platz hier bis zum unteren Wand, das wären 18,64 negativ, MACD negativ, da ist nichts, im Moment nichts Positives. Wieder zurück zum Tag. Dennoch laden mich solche Aktien, die jetzt hier mal locker 10% in ein paar Tagen verloren haben, die laden mich dazu ein, dann doch schon mal ein Auge drauf zu haben, um mich zumindest vorzubereiten. Vorzubereiten, dass da mal so eine Gegenbewegung kommen kann. Im Moment ist der Trend ganz klar gebrochen und der Wert sollte weiter fallen. Das hier ist übrigens das 50er Retracement von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, die wir hatten, von 9,1 Grad bis hoch zu 32. Da sind wir hier so bei ganz grob 20,20. Also ich tendiere dazu, die Lufthansa ist eine der stabilsten Airlines, die wir haben in Europa und auf der Welt. Ich tendiere dazu, diese Kerosinpreise jetzt noch nicht so ernst zu nehmen. Was mir bei Lufthansa immer Schmerzen macht, das sind diese ganzen Streiks. Sind es nicht die Piloten, dann ist es das Bodenpersonal. Wenn nicht, dann sind es irgendwelche Leute von Fraport beispielsweise oder es ist das Flugpersonal. Also die sind laufend am Streiken, erinnert mich ein bisschen an Frankreich. Das fängt jetzt bald wieder an. Das ist im Mai der Fall. Sehr ärgerlich. Gut, dann haben wir hier nochmal diesen ganzen Support-Bereich. Ich möchte jetzt eins machen. Ich möchte mich vorbereiten für den Fall, dass wir eine Korrektur kriegen von dieser Abwärtsbewegung hoch. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das mache. Tendenziell suche ich mir einen Schein, der hier irgendwo liegt. Sogar noch hier drunter. Da sind wir also, das ist, Moment, 18, das tiefer, 18,70. Also suche ich eher so einen 18,40er Schein. Sowas in der Art. Ich will ihn auf die Watchlist packen. Zum Einsatz kommt dieser Schein, wenn, und zwar fürs kurzfristige Trading, ich hier auf den 4-Stunden-Chart gehe. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Eine Kerze, 4 Stunden. Und ich mache das so, wir haben natürlich auch ein 200er-Gleiten im Durchschnitt hier, wenn aufgrund der 4-Stunden-Kerzen diese hier überboten wird, das ist bei 21,28, da muss ich eigentlich schon drin sein. Heißt, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen warten. Auch hier gehen die Bänder hoch, wenngleich das obere schon leicht abschwächt. Ich glaube nicht, dass Sie in diesem Atemzug direkt runter auf die 20 gehen, sondern vielleicht nochmal 20, 30, 40 Cent verlieren. Möglich, aber dann sollte auch mal eine Gegenbewegung kommen. Schaut euch hier, die Stochastik an, wie tief die ist. Die lauert auf ein Signal, hat aber noch keins gegeben. Das MRC hat sogar schon einen ersten Balken, kürzeres Histogramm. Das heißt, um 16 Uhr, um 20 Uhr ist dann der nächste Balken dran. Dann möchte ich es sogar sehen. Das heißt, ich werde den Einstieg planen aufgrund der 4-Stunden-Kerzen und da hätte ich gerne am liebsten einen Überbieten von diesem 200er-Gleitenden Durchschnitt. SMA, nicht EMA. Aber das ist Geschmackssache. Aber so werde ich es machen. Der Schein, den ich mir dafür suche, ist dieser hier. 18,38. Ich verzichte, das ist für mich völlig ungewöhnlich hier, also so ein Mini-Hebel. 8,71 im Moment. Ich verzichte auf Hebel zugunsten der Sicherheit. Ich werde auch nicht die volle Position fahren, sondern eher, sagen wir mal, so ein Drittel bis zur Hälfte. Das wäre dieser Schein mit der Basis 18,38. Der ist von der Unicredit. Open End. HX5. HX5FVD. Das ist der Schein. Bitte mal überprüfen, weil manchmal sind meine Augen auch nicht mehr die besten. Aber HX5FVD klingt gut. So, dann haben wir auch noch Putz. Da möchte ich gerne wieder auf den Tag zurückgehen. Für jene, die davon ausgehen, dass wir die Stichenergreibung hier weiter fortsetzen und vielleicht in den Bereich 18 gehen, die davon überzeugt sind. Muss ich keinen Putz mit der Basis hier oben nehmen, sondern ich kann einen nehmen, der hier so, ich sag mal ganz genau, wo das ist, der hier in dem Bereich 22,88. Also es wäre so eine 23,20. Das müsste ich mir als Basis aussuchen. Dann schauen wir mal rein. Short. 23,3 ist perfekt. Hier hat auch einen 8er Hebel. 8,42. Zeitlich und limitiert. Ebenfalls von der Unicredit One Markets Hypo Vereinsbank. HX8 C5H. HX8 C5A. Das wäre dieser Schein. Der liegt also an ungefähr hier. Es ist nicht meine Wahl. Ich möchte jetzt den Dip kaufen. Und wie gesagt, ich werde den Dip daran festmachen, was der 4-Stunden-Chart mir sagt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.